Musik Ja, liebe Hockey-Familie, heute beginnt der Countdown zu unserem Hockey-Projekt Ecke Schuss Gold, die letzten 10 Tage laufen. Die Bilanz nach zweieinhalb Monaten Fundingzeit ist leider noch nicht so überragend, wie wir uns das erhofft haben. Es haben uns leider erst 1.000 von 80.000 aktiven Hockeyspielern in Deutschland unterstützt. Das ist deutlich zu wenig. Die Frage ist, wo sind die letzten 79.000, die nochmal Gas geben sollten? Auch bei den Club-Paketen haben erst zwei Vereine von 380 zugeschlagen, da sollte auch noch mehr gehen. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber es ist machbar und der Sport braucht jetzt seine Hockey-Community. Deswegen bitte werdet aktiv, geht auf die Seite www.startnext.com, auf das Projekt Ecke Schuss Gold. Da findet ihr viele Dankeschöns. Holt euch die DVD vorab, holt euch Premierenkarten, die gibt es in Berlin, Hamburg, München und Köln. Und werdet aktiv. Nur liken, teilen und posten reicht uns leider nicht, hat bis jetzt zumindest die Phase gezeigt. Deswegen ist es super wichtig, das ist mein Riesenappell an euch alle, an Hockey-Deutschland. Steht auf, tut was und helft uns dabei, unseren Sport wirklich nach vorne auf die große Line reinzubringen und etwas zu tun. An dieser Stelle ein Riesen-Dankeschön an die tausend Leute, die die unglaubliche Summe von über 200.000 auf die Beine gestellt haben. Das ist Weltklasse und ich denke, die letzten 80 sollten wir auch noch zusammen bekommen. Also bitte haut rein, gebt Gas und helft uns, Hockey groß zu machen. Vielen Dank.